Mein Name ist Florian Farncuser, ich bin 25 Jahre alt und komme von Wiedlisbach. Ich studiere hier an der HFTM Elektrotechnik, Fachrichtung Automation. Die Umstellung in der Corona-Zeit war für uns alle eine ziemliche Herausforderung. Es ging aber sehr positiv. Es ging schnell. Wir konnten, wo es geheißen hat, die Schulen sind zu. Wir konnten die Schalter umlegen und es ging weiter im Virtual Classroom. Dort haben sich die Dozenten vorbildlich vorbereitet. Ich sehe an einem anderen Ort, wie es gelaufen ist. Das ist hier absolut super gelaufen. Das Fernstudium wäre für mich keine Alternative. Ich schätze den Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen, auch mit den Dozenten. Sie können viel besser auf einen eingehen. Also hat man ein Problem, man kann das besprechen. Das ist mit einem Fernstudium einfach viel schwieriger möglich. Ich würde HFTM auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein sehr praxisnahmes Studium und ist auch sehr gut vernetzt.